Wir haben heute von, wie ich finde, eklatanten Missständen bei der IT-Tochter der Bundeswehr, bei der BWI erfahren. Und vor allem haben wir erfahren, dass als diese Missstände publik wurden durch anonyme Eingaben, im Ministerium selbst bei der Aufklärung gebremst wurde. Und das zeigt natürlich, dass jetzt die Vorgänge wie beispielsweise um die Hill letzte Woche kein Einzelfall sind. Es wurde markig im Untersuchungsausschuss und es wurden viele kleine Schritte gemacht, um das Puzzle zu vervollständigen, was wir Berateraffäre nennen. Was die Causa um den geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen mit Beförderung im Verteidigungsministerium zu tun hat, berichte ich in der kommenden halben Stunde. Hier ist der Podcast zur Berateraffäre an diesem 19. Oktober 2019. Direkt in der Hauptstadt ist am Mikrofon Patrick Pehl. Eigentlich müssen wir uns fragen, ob das Label Berateraffäre überhaupt taugt für diesen Komplex. Es entwickelt sich immer mehr zu einer Ministerialaffäre. Die berühmten Kennverhältnisse sind nur ein Teil dieses doch sehr gewaltig gewordenen Komplexes. Missmanagement, falsche Anreize und die Mentalität der Steuerzahler wird's schon ausbaden. Bevor ich aber einsteige in die Berichterstattung, ein großer Dank geht an Thomas und auch an Jasmin. Sie haben dieses Medium unterstützt und ein paar Münzen in den digitalen Hut geworfen. Wie ihr das auch machen könnt, erfahrt ihr auf berateraffäre.de oder auch in den Sendungsnotizen, wenn ihr die Beschreibung in eurer Podcast-App öffnet. Wir haben uns am Donnerstag die Zeugen Rüdiger Klöwekorn, Generalmajor Ferber und den Ex-Abteilungsleiter und Industriemanager Klaus Hardy-Mühleck angehört. Alle drei wollten etwas für ihr Land tun und sind im Führungsstil der damaligen Leitung des Hauses ins Netz gegangen. Hier noch ein kurzer Nachklapp zur Hill GmbH. Offenbar hat die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin und heutige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Entschluss gefasst, die Hillwerke nicht zu verkaufen und die Privatisierungsbemühungen gestoppt. Das hatte sie in ihrer vorherigen Funktion im Saarland bereits versprochen und scheinbar hält sie sich daran. Die Hillwerke, das sind die zentralen Werkstätten der Bundeswehr, in denen das sogenannte grüne Gerät instand gehalten sowie repariert wird. In Anbetracht der aufziehenden Ausrüstungsaufstockung der Truppe wäre eine Privatisierung ein sehr lohnendes Geschäft mit hohen Gewinnerwartungen für die Rüstungswirtschaft geworden. Beginnen wir mit der Geschichte des Herrn K. Seit ungefähr einem Monat ist der Nachrichtentechniker Rentner und nicht Pensionär. In seiner aktiven Zeit bei der Bundeswehr hat er sich um die Architektur der Bundeswehr-IT gekümmert. Zu Beginn seiner Laufbahn wurden Aufträge für Rechenzentren laut seiner Aussage immer an dieselbe Firma im Großraum Stuttgart vergeben. Offenbar war er so eine gute Kraft, dass er zahlreiche Angebote von privaten Firmen bekam, aber lieber ablehnte. Sein Anliegen war es, die Informationsinfrastruktur der Bundeswehr effizienter und harmonischer zu gestalten. Aus seiner Sicht müsste die Bundeswehr Kompetenzen im eigenen Haus behalten. Anders als es das Interesse privater Firmen sei. Private Firmen würden eher an der Kostenschraube drehen und nicht an der Qualitätsschraube. Gewinne machen liegt eben in der DNA einer Firma. Aber auch ihm war klar, dass es schwierig für die Bundeswehr ist, beziehungsweise die 100%ige Tochter, die BWI, ein geeignetes Personal zu bekommen. Aus seiner Sicht ist IT keine Verwaltungsaufgabe, sondern ein Gestaltungsauftrag. Darum hat er ein Konzept zur Personalstruktur entwickelt, in der er aus 200 Dienstposten 69 machte. Bei gleicher oder sogar besserer Leistung. Sein Ansatz war, Personal zu gruppieren und damit effizienter zu nutzen. Dienstposten zu bekommen, also zu finanzieren, sei weniger das Problem. Aber die Besetzung der Stellen. Die Folge war ein erster Beratervertrag. Da seine Frau zu dieser Zeit in der BWI tätig war, half sie ihm und seinem Team dabei, Personal zu beschaffen. Herr M. ist offenbar kein Meister der Geschäftsführung. Immer wieder wurde der Ex-Geschäftsführer der Inhouse-IT-Gesellschaft der Bundeswehr, also der BWI, genannt. Meistens nicht mit guten Konnotationen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er auf die Zeugenliste kommen soll. Dazu ist eine Beratungssitzung des Gremiums nötig, die schon nächste Woche stattfinden wird. Es wurde gemunkelt, ihn bereits im Dezember anzuhören. Die Personalführung sowie seine zwischenmenschlichen Skills waren den Erzählungen aller drei Zeugen nach zweifelhaft. Der Mann umgab sich mit Beratern der 100-prozentigen McKinsey-Tochter Orphos und sogar mit Headhuntern. Das sorgt nicht gerade für Vertrauen im Umfeld des Verteidigungsministeriums. Doch dazu später mehr. Kommen wir wieder zu einem der direkten Untersuchungsgegenstände. Der Ausschuss sollte sich mit etwaigen scheinselbstständigen Beratern beschäftigen, die nicht nur Türschilder, sondern auch interne Mail-Accounts und E-Mail-Signaturen hatten. Wir berichteten in der Episode Nummer 8, als Admiral Nelte vernommen wurde. Die Scheinselbstständigkeit ist ein schwerer Vorwurf, aber nicht in erster Linie an den Scheinselbstständigen, sondern an dessen Auftraggeber. Der ist nämlich zahlungspflichtig für Sozialversicherungsbeiträge, also seinen Anteil zur Krankenversicherung, zur Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungen. Der Auftraggeber würde also Sozialversicherungsbetrug begehen, wenn er Scheinselbstständigkeit fördert. Um den Arbeitnehmer vor Ausbeutung zu beschützen und die Gemeinschaftskassen zu schonen, wurde diese Norm Ende der 90er eingeführt und gilt bis heute. In unseren Zeiten macht sie jedoch eher bei Paketboten oder Lieferanten von sich reden, weniger bei gut bezahlten IT-Fachleuten. Beide Beteiligten des Beschäftigungsverhältnisses können eine Prüfung bei der Rentenversicherung anstoßen. Und genau da ist der Knackpunkt. Was ist, wenn eine Seite den Prüfprozess anstößt, kostenverursacht und gar nicht berechtigt ist? So geschehen bei Herrn K. und Teilen seines Netzwerks. Das BMVG hat im Auftrag der politischen Leitung eine Führung bezüglich Scheinselbstständigkeit eingeleitet. Und es stellt sich heraus, dass das BMVG dazu gar nicht berechtigt ist, da eine Konstruktion mit Unterauftragnehmern und Rahmenverträgen gesucht wurde. Im konkreten Fall hatte Herr K. gar keinen Vertrag mit dem BMVG und hat auch nie eine Rechnung an dasselbige gestellt, sondern immer nur eine Firma, nennen wir sie S2. Dieses Geld wollte Herr K. natürlich zurückhaben, das Geld für die Prüfung. Denn er hat ja schließlich, nach eigenen Aussagen, intensive drei Tage damit zu tun gehabt. Was passiert, wenn man am eigenen Personal spart, zeigt sich auch hier exemplarisch. Ein externer Berater hat die Steuerung und Kontrolle einer anderen Firma übernommen. Die Firma, die wir bereits kennen. Die Firma Accenture. Auch Herr Nötzel führte sich und sein Team durch Herrn K. kontrolliert. Also, Herr K. steuerte die Firma Accenture im Auftrage der Firma S2 in einem Büro des BMVG mit eigenem Türschild. Die Mitarbeiter der Firma Accenture waren in einem Großraumbüro untergebracht, wie schon mehrfach gehört. Ein Großraumbüro im Kontext BMVG ist übrigens ein Zimmer mit maximal vier Referenten beziehungsweise vier Personen, wie mir ein Sprecher der Bundeswehr am Mittag mitteilte. Wie es zu den Türschildern, internen Telefonnummern, Mailadressen und Signaturen sowie Eintragungen in interne Telefonbücher kam, war bis hier immer ein luftiges Geheimnis geblieben. Aber gestern konnte eine kleine Frage beantwortet werden. Es war wohl schlicht des Herrn K., Vorgesetzter im BMVG. Die Mailadressen, die nach außen auf atbundeswehr.org endeten und nach innen nicht vernünftig gekennzeichnet wurden, sie waren noch viel toller, als das bisher gedacht worden war. Herr K. hatte aufgrund der Strukturen der Bundeswehr drei, ja wirklich drei, E-Mail-Adressen. Eine für seine Verwendung als Reservist, eine für die Verwendung als Berater und eine weitere. Dazu kam seine geschäftliche Mailadresse. An verschiedenen Dienstorten konnte er die aber gar nicht abrufen. Die Arbeit erleichtert hat ihm dieses Mailadressen-Wirrwarr nicht. Grund dafür ist natürlich die Geheimhaltung innerhalb der militärischen Netze der Bundeswehr, sowie die Tatsache, dass nahezu alles bei der Bundeswehr als VS nur für den Dienstgebrauch eingestuft ist. Früher sogar der Speiseplan. Eine vernünftige und zeitgemäße Regelung wäre wohl wünschenswert. Vielleicht benötigt die Bundeswehr dafür Berater, aber vielleicht schafft sie es auch ganz allein. Draußen war es bereits dunkel und rund sieben Stunden Ausschussarbeit waren vergangen, als Zeuge Nummer zwei das Rund des Untersuchungsausschusses betrat. Er brachte seine Rechtsanwältin mit, die bereits andere Zeugen aus dem Org-Bereich BMVG unterstützte. Es war Generalmajor Dr. Färber. Heute Leiter des Kommandos Cyber bei der Bundeswehr. Der Mann mit dem güldenen Eichenlaub auf der Schulter berichtete unabhängig vom vorherigen Zeugen von den Zuständen im Ministerium und der BWI. Er sprach geschult und hielt sich wohl an die Sprechregelungen des Ministeriums. Viel Neues wusste er nicht zu berichten, aber er verließ das Ministerium nach einer nicht erfolgten Beförderung. Die Ernennungsurkunde zum Abteilungsleiter war schon vom Bundespräsidenten unterzeichnet, doch der zuständige Staatssekretär hielt die Urkunde wohl noch zurück. Dies fiel in einen zeitlichen Zusammenhang mit der Causa Maaßen. Inwiefern das jedoch wirklich zusammenhängt, ist schleierhaft und wohl eher eine geschickt platzierte Nebelkerze. Die Verantwortungsdiffusion durfte auch in dieser Sitzung nicht zu kurz kommen. Die Aussage, das war nicht mein Bereich oder dafür war ein anderer zuständig, war omnipräsent. Bei der Vergabe und Vertragsprüfung wurden bei den Externen keine eigenen Mittel aufgewendet und im Verteidigungsministerium wurde nicht geprüft. Der Satz, ich bin Ingenieur und kein Jurist, der fiel nicht selten, aber zuverlässig bei jedem Zeugen. So auch beim Zeugen Klaus Hardy-Mühleck. Er wurde als Manager ins BMVG geholt und wollte, betont, nichts mit der Verwaltung zu tun haben. Ab ca. 22 Uhr hörten die Bundestagsabgeordneten auch den letzten Zeugen dieses Tages, Klaus Hardy-Mühleck. Mühleck war Industriemanager und CIO in der Automobilindustrie, später dann beim strauchelnden Stahlriesen Thyssen. Heute ist er ehrenamtlich an Universitäten und im Rahmen von Stiftungen tätig. Als er 2016 auf Wunsch Katrin Suders ins Bundesministerium der Verteidigung kam, musste er Aufsichtsratsmandate und Posten in der Industrie niederlegen. Als Sohn eines schwäbischen Beamten hat er seinen Erfolg und die Möglichkeiten, die ihm das Leben schenkte, seinem Land zu verdanken. Auf die Frage von Rüdiger Lukassen von der AfD, Ob das Gehalt im BMVG nicht etwas schmal sei für einen Manager wie ihn, antwortete er bodenständig. B9 ist ja nicht nichts und schon ganz anständig. Auch der einst großgefeierte IT-Manager berichtete von wilden Zuständen in der BWI und den nicht immer meisterlichen Umgangsformen des Ex-Geschäftsführers Herrn M. Als Mühleck sich überlegte, ins BMVG zu kommen, sagte er der damaligen Staatssekretärin Katrin Suda, dass er jedoch nur als Manager kommen würde. Er forderte von Beginn an personellen Beistand für die Verwaltungstätigkeiten ein, die er auf keinen Fall selbst durchführen wollte. Wir hatten den jetzt zuletzt den Zeugen Mühleck, der eine merkwürdige Rolle hatte. Offiziell war er Abteilungsleiter, hat aber deutlich gemacht, dass er nicht die Abteilung geleitet hatte, sondern irgendwie ein bisschen freiswebend in der ganzen Welt unterwegs war, um die IT voranzubringen. Aber sämtliche administrative, sämtliche Verantwortung hat er abgegeben an andere Leute. Er kümmerte sich darum, die IT der Bundeswehr zu standardisieren und IT-gehärtete Tablets und Telefone einzuführen. Um die Verwaltung und Administration wollte er sich nicht kümmern. Er wollte die Bundeswehr am liebsten maximal zwei Jahre lang coachen. Auf die Nachfrage des linken Matthias Höhn, warum er denn nicht als externer Berater ins BMVG ging, antwortete er, das wollte Frau Suda so. Es musste ein Anstellungsverhältnis her, um die formalen Strukturen einzuhalten. In vorherigen Stellungen in der Industrie hat Mühleck bereits Erfahrungen mit der Firma Accenture gesammelt. Er hat beispielsweise in der Stuttgarter Automobilindustrie als CIO eine Lösung umsetzen lassen wollen, die das Automobilunternehmen am Ende doch selbst bauen musste, da Accenture nach Angaben Mühlecks es schlicht nicht hinbekommen hatte. Timo Nötzel kannte er vorher nicht und hat ihn erst im Ministerium kennengelernt. Von den persönlichen Freundschaften der Staatssekretärin und Herrn Mühleck sowie Herrn Scharf wusste er ebenfalls nichts. Jedoch hielt er sich mit seiner Meinung nicht zurück. Aus seiner Sicht ist Katrin Suda eine sehr fähige Frau, die technische Zusammenhänge gut versteht und eine gute Managerin ist. Über Herrn M. und Timo Nötzel äußerte er sich nicht so positiv. Und er hat noch eine ganz einfache Formel mit auf den Weg gebracht. Berater muss man nicht ansprechen, sie sind wie Fliegen, die kommen von ganz alleine. Mühleck war Qua Amt Teil des Aufsichtsrats der bundeseigenen Firma BWI. Als anonyme Schreiben beim Aufsichtsrat eintrafen, ging er den darin formulierten Vorwürfen mit seinem Team nach und er sorgte für eine Entlassung des Herrn M. Das Verhältnis zwischen Mühleck und M. war, wie er es selbst sagt, dienstlich. Sehr dienstlich. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Herr K. ist ein anständiger Mann, der dem Beamtenapparat eine Bereicherung war. Sein Denken und sein Wissen darum, wie man IT modern aufstellt, sind von großem Vorteil gewesen. Dass er nun Rentner ist, ist ein Verlust für den IT-Standort Deutschland. Jemand, der bereits in den 80ern Anwendungen für Buchhaltung schrieb und sich hervorragend mit der Systemarchitektur auskennt. Es kann nur gehofft werden, dass er weiterhin mit seinem Wissen strahlen kann. Auch Herr Mühleck ist aus der Manager-Elite in die Niederungen deutscher Ministerien herabgestiegen. Der strahlende Manager hat aber ein bisschen vergessen, dass das BMVG nicht der Volkswagen-Konzern ist, sondern eben ein Ministerium. Ein Ort mit klaren Vorgaben, die deutlich machen, dass auch die Aufgabe eines Abteilungsleiters die Verwaltung ist und nicht nur die internationale Leistungsschau. Mühleck hat dem Ministerium aber wohl dennoch wertvolle Impulse gegeben. Ob diese langfristig Änderungen auslösen, ist zu beobachten. Ein fähiger Manager kam in den Dienst für die Bürger. Wie die Postenvergabe stattfand, ist fadenscheinig. Aber es wirkt doch so, als wollte die damalige verantwortliche politische Führung den verstaubten Apparat etwas aufpolieren. Bei diesem ehrenwerten Versuch haben die Amtsträger aber wohl ein bisschen zu viel der McKinsey-Politur aufgetragen. Und nun wünsche ich euch und Ihnen eine fabelhafte Zeit. Schon in der kommenden Woche geht es weiter, dann unter anderem mit der Leiterin des Bein BW. Sie ist indirekt bekannt, da sie mit Frau Totter telefonierte. Stichwort hier, Bühler wollte die PS auf die Straße bekommen und die Berater von Accenture nun endlich bezahlen. Wie es weitergeht, erfahren wir schon in wenigen Tagen. Bis dahin folgt uns auf Twitter oder Instagram oder schreibt Kommentare ins Blog oder per Mail an kontakt-at-berateraffäre.de Am Mikrofon war Patrick Piel. Redaktionsschluss war am 18. Oktober 2019 um 13.33 Uhr. 23.